Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Newsendung und ich habe heute echt einige Themen, ich habe auch versucht so kurz wie möglich zu halten, weil es einfach so viel war, wenn ich weiter gesprochen hätte, wäre es einfach zu viel geworden und ja, also wir haben einige Sachen hier auf dem Zettel draufstehen und ja, Epic Store liefert vielleicht bald VR, dann haben wir, ja, Militär benutzt jetzt auch AR-Brillen, dann haben wir einmal den LiDAR-Scanner vom iPhone, damit können wir wirklich, ja, Gegenstände abscannen und uns die dann in 3D anschauen, in VR einarbeiten und so weiter und so fort, das ist sehr interessant, ja, dann leider die Quest 2, wohl nicht vor April 2021 in Deutschland erhältlich, da müssen wir jetzt echt mal abwarten, wie es da weitergeht mit diesem, ja, Streit beim Bundeskartellamt und ja, dann gibt es einige Klagen gegen Facebook, also da baut sich eine Klagewelle auf gegen Facebook in Amerika und ja, da müssen wir auch mal drauf eingehen. Ja, dann berichtet Koch Media, dass mit der Quest 2, ja, eine kleine Wende für VR eintreffen könnte und ja, wir eventuell bald vom Nischen-Dasein befreit werden. Da warten wir mal ab und dann hat Modicap wieder was richtig Geiles gebaut und zwar Plunge VR und was Plunge VR ist, da gehen wir auch nachher drauf ein. Ja, dann sind wir schon bei der Gaming-Abteilung, da haben wir A Rogue Escape, das ist ein, ja, ein Escape-Game, was in einem, ja, Unterwasserschiff spielt, also ich kann das noch nicht ganz einordnen, aber auf jeden Fall sowas wie ein U-Boot, glaube ich, ist das und ja, dann haben wir Metal of Honor, einmal sind die, ja, Voraussetzungen für unsere Hardware rausgekommen und dann haben wir auch einmal einen Multiplayer-Trailer, der hat es echt in sich, meiner Meinung nach. Ja, dann gibt es einen Indes-DLC, was frei erhältlich ist, was echt cool ist und dann haben wir eventuell bald ein neues Half-Life-Game. Also, los geht's! Ja, Leute, momentan haben wir VR-Gamer ja eigentlich nur die Möglichkeit, entweder bei SteamVR was zu kaufen, bei Oculus oder bei Waveport und ja, SteamVR ist für uns Gamer ja sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, es werden so viele Brillen unterstützt und funktioniert auch ziemlich, ziemlich problemlos, sage ich mal. Für Entwickler ist der Steam-Shop nicht so wirklich gut, weil die scheinbar, also sowas, wie ich gelesen habe, sehr, sehr hohe Gebühren fordern von den Entwicklern, also pro verkaufte Spiel und das ist, ja, nicht so wirklich toll für die Entwickler. Über einen Oculus-Store brauchen wir gar nicht reden, denn, ja, ist ein geschlossenes Ökosystem für sich. Man kann, ja, alle Oculus-Sachen da kaufen, spielen und so weiter und sobald man aber mit einer anderen Brille solche exklusiven Inhalte, ja, zocken möchte, braucht man Rewive. Und es funktioniert sehr viel mit Rewive, aber das ist keine Lösung, die zufriedenstellend ist, meiner Meinung nach nicht. Ich benutze auch Rewive, es funktioniert teilweise sehr gut, bei manchen Games nicht und ja, das kann eigentlich nicht die Lösung sein und eigentlich sollte man deshalb Oculus auch überhaupt nicht unterstützen. Also ich kaufe auch wirklich nur die Exklusiv-Inhalte bei Oculus, ansonsten kaufe ich da gar nichts, alles andere kaufe ich bei SteamVR und wenn bald wirklich Epic Game da einen VR-Shop hat oder einen XR-Shop, also XR steht ja übergreifend für alle Sachen, so VR, AR, Mixed Reality und so weiter und so fort, egal ob auch Android, VR und so weiter. Und ja, wenn es da bald auch VR-Anwendungen gibt, kann man sich natürlich da nochmal überlegen, denn auch im Epic Game Store werden die Entwickler ein bisschen besser behandelt, so wie ich gelesen habe. Also die werden nicht so geschröpft wie bei Steam und ja, dann ist es positiv für alle Seiten. Und der neue Epic Game Store für XR soll halt auch OpenXR unterstützen, also es ist auch so ein Standard für alle Brillen und das ist so ein Konsortium OpenXR aus mehreren Firmen, sage ich mal. Braucht einfach mal googeln, dann kommt er schon darauf und ja, die arbeiten zusammen an wirklichen Standard für alle Brillen, um die Anbindung besser hinzubekommen und so weiter und so fort. Und die Unreal Engine, die neue, die 5er soll ja sowieso sehr optimiert sein für VR-Anwendungen und ja, da ist natürlich nicht schlecht für uns sowas. Und hier steht auch nochmal, soll für Windows PC ARM Android erscheinen und ja, als Standard Store vermarktet werden. Und was das jetzt heißt, die Integration in ein Betriebssystem oder eine Firmware will Epic ebenfalls anbieten. Was das jetzt heißt, in eine Firmware. Okay, könnte sein, wenn es auf Android-Basis ist, dass das schon wirklich in dieses Android eingebaut wird. Keine Ahnung, ob das damit gemeint ist. Und hier steht dann nochmal, unterstützt werden PC-Brillen, Standalone, Smartphone und Mixed Reality Geräte sowie Epic's Online Service. Und ja, das ist eine Sache, die ist echt gut. Da bekommen die anderen Anbieter auch nochmal Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und gerade was Facebook mit Oculus angeht, kannst du echt nicht genug Konkurrenz geben, sage ich mal. Und klar, hier steht auch nochmal, Mixed Reality schreibt, oder Mixed Reality schreibt, Mixed.de schreibt, Facebooks Exklusivtitel bleiben natürlich exklusiv. Ja, ist klar, daran wird es erstmal nichts ändern. Aber das heißt ja nicht, dass Epic nicht selbst auch Exklusivtitel machen kann. Und ja, wenn Epic dann selber Exklusivtitel hat, kann aber trotzdem jeder mit jeder VR-Brille, so wie es eigentlich sein sollte, auf diesen Store zugreifen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also man kann sich dann wirklich überlegen, kaufe ich das Spiel jetzt bei dem Store und kann mit jeder Brille darauf zugreifen, egal welche Brille es sich handelt. Und so sollte es sein, so sollte es auch im Oculus Store sein. So würden die auch viel mehr Spiele verkaufen, meiner Meinung nach. Und ja, können dann aber eventuell nicht mehr so viele Daten abgreifen. Wer weiß, wer weiß, ich weiß es nicht. Und ja, Epic hat ja auch schon mit Robo Recall ein Spiel entwickelt, was ja mega funktionierte. Und wenn man überlegt, das war eines der ersten Games, die so rauskam mit den Touch-Controllern damals. Und ja, das funktioniert heute noch tadellos. Außer, dass Free Locomotion erst mit einem Mod-Einzug hielt ins Game. War alles andere perfekt, meiner Meinung nach, und hat echt Spaß gemacht. Und ja, also ich lasse mich da echt überraschen, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, wir können uns da auf einen coolen Epic-Store freuen. Also ich mag den Store heute schon, auch als, sag ich mal, Flat-Gamer. Auch was angeht, wenn man da Spiele runterlädt. Man hat immer volle Download-Rate, also das funktioniert echt gut. Und ja, ein schlechter Store sieht anders aus. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. So Leute, hier sind wir bei einem Thema, was ich zuerst beim Chris-Reality gesehen habe. Den Kanal gucken wir uns auch gleich mal an. Und zwar geht es da um den iPhone 12 LiDAR-Scanner. Und ja, der LiDAR-Scanner kann Objekte einscannen. Also er hat wirklich so einen Tiefenmodus oder kann diese Tiefe auch einscannen. Und somit ist es möglich, Objekte, Räume, Gebäude einzuscannen und die dann eventuell irgendwann auch selber dann, ja, via irgendwelche Programme in die VR-Welt einzubinden und sich dann auch selber nochmal anzuschauen. Und der Chris-Reality hat da auch ein bisschen mit experimentiert. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber jetzt schauen wir uns erst mal kurz an. Genau, der LiDAR-Sensor des iPhone 12 Pro und Pro Max macht die neuen Apple-Flaggschiffe zu 3D-Scannern. Und das ist natürlich echt cool. Und ich fand das so interessant, was der Chris da auch gemacht hat. Von daher musste ich das jetzt hier heute auch bringen. Und der Chris hat auch einen echt coolen VR-Kanal. Den solltet ihr auch definitiv abonnieren. Und ja, der Kanal ist unten verlinkt. Also schaut auf jeden Fall mal rauf. Und ja, man muss natürlich eine App dafür haben. Hier werden ein paar Apps vorgeschlagen. 3D-Scanner-App, Polycam und Rekord 3D. Ich glaube, der Chris hat auch 3D-Scanner-App benutzt. Und hat danach auch mit Blender da was gemacht. Und hier sehen wir ein komplett eingescanntes Haus oder Gebäude. Und kann das auch so drehen. Kann da wirklich mit reinfahren. Und ja, genau so kann man das natürlich dann auch in VR erleben. Finde ich echt cool. Und der Chris hat so sein Studio so ein bisschen eingescannt. Und hat das dann versucht, den Blender so ein bisschen aufzubauen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist der liebe Chris. Bei einem Video von mir. Heute gibt es mal was aus der AR und VR-Ecke bei mir zu sehen. Mal ein ganz spannendes Thema, was ich mal versucht habe. Und zwar geht es darum mit dem neuen iPhone 12 Pro, was ich hier habe. Ihr habt hier jetzt diesen LiDAR-Scanner. Ganz interessant. Jetzt habe ich... Genau, hier nimmt er sich jetzt quasi sein Handy und scannt seinen Raum so ab. Mal komplett diesen Raum aufgenommen. Das ist ein kleines Studio. Das seht ihr jetzt auch hier drinnen, wie ihr das alles... Also ihr könnt auf Low-Res gehen oder High-Res. In High-Res sieht es auch immer besser aus. Und ihr seht, er hat so richtig die Tiefe hier mit drin. Müssen natürlich immer schön langsam machen. Genau, und überall, wo man dann dieses blau-violette Gitter sieht, hat er dann gescannt. Und da sind natürlich dann auch die Tiefeninformationen drin. Und ja, die Texturen scannt er ein und so weiter und so fort. Und überall, wo man noch den normalen Raum dann mit der App sieht, da hat er noch nicht gescannt. Da muss man dann einfach hin. Und da rechnet er das immer langsam um. Umso besser das Licht, umso besser geht es natürlich auch. Ich werde das demnächst auch mal draußen probieren, das Ganze. Hier sieht man natürlich, was heller blau leuchtet, ist natürlich weiter weg. Und was so tief-violett oder so ist, fast schon und rosa, das ist näher dran. Und so macht er natürlich die Tiefe dann. Und echt krasse Technik, finde ich. Er speichert auch die Tiefeninformationen dazu, die Texturen auch mit dazu, die Farben und alles. Ihr könnt auch einfach nur die Skulptur sozusagen nehmen, ohne Texturen. Und dann könnt ihr mit Farbe selber rumhantieren. So, und jetzt habt ihr es hier drinne. Ohne Texturen. Natürlich muss man dann auf Colorize gehen. Und da seht ihr dann, dauert natürlich ein paar Sekunden. Ich spule mal. So, und dann haben wir das komplett in 3D drinne. Und weiter geht es dann mit Blender. Ich sage mal Blender dazu. Ich weiß nicht, wie immer dazu kommt. Hier hat er das dann... Jetzt haben wir natürlich noch keine Texturen mit. ...in Blender eingeschügt. Hier haben wir es schon drinne. Und hier sieht man jetzt die ganzen Schnipsel, Texturschnipsel, die er hat. Und die baute dann da auch irgendwie ein. Das läuft natürlich automatisch. Das muss man jetzt nicht irgendwie puzzeln. Und ja, hier sieht man dann wirklich den Raum von Chris. Stellt euch mal vor, ihr könnt ein Spiel entwickeln. Ihr scannt einfach von draußen alles ein und macht da draußen ein Spiel. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Einfach... Genau, und das, was er gerade sagte, das hat Another World Studio ja auch mit... Was war das? Pagan Peak gemacht. Die haben ja auch diese Hütte, wo das Ganze spielt. Das war ja mit diesem Krampus-Killer, dieser Escape Room. Dieses Escape Room-Spiel. Und die haben quasi diese komplette Hütte gescannt. Außen, innen, sind da überall mit einer Drohne langgeflogen. Und natürlich mussten die das Ganze dann nachmodellieren. Und wenn die dann so eine Technik haben, alle Spieleentwickler eigentlich, die können dann einfach hingehen, scannen diese komplette Hütte ab, sage ich mal. Und schon ist man fertig. Man kann natürlich dann noch Sachen dazu packen oder wegnehmen und so weiter. Aber das würde natürlich super viel Zeit auch sparen. Und natürlich hat man dann alles genau detailgetreu, so wie es auch in Wirklichkeit ist. So, Wahnsinn. Also was da noch möglich ist, dann könnt ihr ein neues VR-Fanster nehmen. Und jetzt seid ihr schon in der virtuellen Realität drin. Wenn ihr das mal selber probieren möchtet, ihr seht auch, so ist es auch in der Brille gelaufen. Ihr könnt dann aber in der Brille auch, seht ihr auch, da halt auch nicht so sättigen. Also mit Blender kenne ich mich auch gar nicht aus. Aber ja, cool, dass Chris sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat. Und ja, er ist mit der VR-Brille jetzt da gerade drin in Blender und kann sich quasi seinen Raum anschauen. Hatte auch einen kleinen Absturz dabei, das hat er da erzählt. Und... Mega. Ja, kann sich so seinen kompletten Raum anschauen. Es hat die Tiefe, es hat die 3D-Optik mit drin. Ich finde zwar nicht richtig perfekt, aber immer noch besser wie bei Google Maps, wenn ihr da manche Gebäude anschaust, wie die dabei aussehen. Ja, das zu dem Thema erstmal. Ich wollte euch jetzt nicht das ganze Video zeigen. Das ganze Video solltet ihr euch unbedingt beim Chris Reality anschauen. Das ist unten auf jeden Fall in der Beschreibung. Und was sagt ihr zu der Technik? Findet ihr das auch sehr interessant für VR? Oder sagt ihr, ja, es interessiert mich jetzt auch nicht das Thema? Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde es mega interessant. Und klar, wie er schon sagt, es ist noch nicht perfekt, aber es ist natürlich auch, es ist ein Handy mit einfach einer Kamera. Und was das dann schon hinkriegt, ist natürlich genial. Und wenn man mal irgendwie selber Kameras hat, die extra dafür ausgelegt sind, wird das natürlich auch immer umso besser. Ja, Leute. Das war es dazu. Und kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Leute. Die Firma Modicap hat wieder was Neues an den Start gebracht und das nennt sich Plunge VR. Und ja, hier sehen wir Plunge VR. Ich denke mal, ihr kennt alle diese Tauchermasken, die man zum Schnorcheln benutzen kann. Das ist so eine komplette Face-Maske, sage ich mal. Und ja, die zieht man halt auf. Und Modicap hat da jetzt eine Halterung für gebaut, dass man hier vor natürlich ein Handy schnallen kann mit Linsen und das Ganze dann vor sich hat. Und das Ganze ist natürlich auch wasserdicht. Ich glaube, ich habe irgendwas von IP68 gelesen. Und ja, so kann man zu Hause im Schwimmbecken tauchen. Und da läuft dann auf dem Handy eine Software, wo wir dann ja in ganz andere Welten abtauchen können. Natürlich sehen wir dann nicht das, was wir normalerweise sehen, wenn wir im Schwimmbecken tauchen, sondern sehen ein bisschen was anderes. Und ja, wer da Interesse dran hat, schreibt einfach dem Bernd von Modicap hier eine E-Mail. Der wird euch dann mit Sicherheit auf den Laufenden halten und könnt ihr gerne eine Anfrage stellen, wann das Ganze zu haben ist, wie viel das kostet und so weiter und so fort. Und wir können uns jetzt mal ein kleines Video dazu anschauen. Das war wahrscheinlich noch nicht das, was man wirklich sieht in der Software. Ein richtig cooles Projekt, finde ich. Echt interessant. Und jetzt zeigen Sie die Software so ein bisschen. Hier sind die Trockenübungen. Da kann man wirklich so immer die Oberfläche sehen. Da hat den anderen Taucher sogar gerade gesehen. Das ist natürlich auch cool. Der eine oder andere könnte da Angst kriegen, wenn auf einmal ein Halter auftaucht. Ja, hier haben wir noch mal die Systembeschreibung. Die könnt ihr auf der Modicap-Seite euch runterladen. Und da ist noch mal alles erklärt. Und als technisches VR-Gerät wird ein Smartphone nach Wahl verbaut. Aufgrund der Wasserdichtigkeit empfehlen wir jedoch einen Samsung Galaxy S10 mit IP68. Das Smartphone kann werkzeuglos gewechselt oder gewartet werden. Gut, klar. Ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man ein Handy hat, was auch wirklich auch noch wasserdicht ist, auch wenn die Halterung hier wasserdicht ist. Ja, und das wird es mit Sicherheit bald auch in irgendwelchen Freizeitparks, Wasserparks geben, sage ich mal. Da bin ich überzeugt von. Und ja, vielleicht bei den einen oder anderen auch zu Hause. Auf jeden Fall verdammt interessant. Und ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber erst wieder im Sommer, wenn mein Pool wieder aufgebaut ist. und das Wetter ein bisschen angenehmer ist. Weil dann hat man auch so ein richtiges Feeling, dass man im richtigen Meer dann tauchen kann. Ja, Leute, das zu dem Thema. Beschreibung oder Links sind alle in der Beschreibung. Also schaut mal rein und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Projekt hier haltet. Und ja, dann zum nächsten Thema. Ja, kommen wir zu so ein bisschen ernsterem Thema. Und zwar US-Militär benutzt jetzt eine AR-Brille und ja, hier steht dann noch wie aus einem Videospiel. Und da muss ich erst mal sagen, wenn die jetzt für Soldaten schon diese AR-Brillen nutzen, also wir sehen ja hier, der Kamerad, der hat ein komplettes Visier an, macht es dann Krieg nicht noch irgendwie, ja, noch mehr zu irgendeinem Computerspiel? Macht es dann nicht, ist es dann nicht noch viel einfacher, irgendwie abzudrücken? Ja, das muss man ziemlich differenziert sehen, das Ganze. Natürlich ist es für den Soldat mit Sicherheit auch eine Erleichterung. Man kann sich Maps anzeigen lassen, ein digitales Fadenkreuz, was wirklich über Bluetooth mit dem Gewehr verbunden ist. Kann viel einfacher zielen. Und ja, aber wenn die Technik immer noch weiter voranschreitet, die Bilder besser werden, kann man nicht einfach auch hingehen und sagen, ja, wir machen jetzt mal auf irgendwelche Gegner, projizieren wir andere Gesichter und ja, irgendwelche Fratzen und weiß der Geier was, um das noch einfacher zu machen, um abzudrücken. Von daher muss man das Ganze so ein bisschen zweischneidig sehen. Auf jeden Fall haben die hier mit getestet. Und ja, die waren alle mega, also nicht alle, aber einige waren mega begeistert, wie einfach man zielen konnte. Also dieses Waffenvisier ist wirklich mit der AR-Brille verbunden. Man hat ein digitales Fadenkreuz. Und ja, man kann, also die schrieben hier, man kann über 300 Meter Entfernung ohne Probleme das Ziel treffen. Und das muss wohl super easy damit gewesen sein. Und dann wurden auch noch, ja, wurden auch noch Wegpunkte eingeblendet und man kann sich Karten einblenden lassen. Und ja, das ist natürlich mega. Also jeder weiß direkt, wo man hin muss. Also wenn man jetzt eine, sag ich mal, eine Kompanie hat und einer setzt Wegpunkte, sag ich mal, der Anführer, sag ich mal, von der Truppe und alle sehen dann direkt, auch mitten im Gefecht, wo man hin muss, und man hat so eine Art Navi, ist natürlich dann viel einfacher als früher noch. Weil ich denke mal, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich möchte es mir auch nicht vorstellen, auf so einem wirklichen, ja, Kriegsschauplatz zu sein. Und also in VR ist das natürlich nett und toll und macht Spaß, weil ich es auch eher als Spiel und Sport sehe. Aber in so einem wirklichen Gefecht zu sein, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Und da geht es natürlich drunter und drüber. Und dass die Leute dann teilweise nicht genau wissen, wo sie hinlaufen müssen, ist wahrscheinlich auch ganz normal. Auch aus Panik wahrscheinlich. Und ja, hier blenden die einfach mal kurz Richtungspfeile ein. Und ja, hier schreibt er auch, es war wie aus einem Videospiel, aber in die Landschaft projiziert. Und es war flüssig ohne Ruckler, also die hatten auch keine Probleme mit irgendwelchen Rucklern. Das wäre natürlich übelst, wenn man dann da auch noch Ruckler bekommt. Und das Ausheben von Schützengräben hätte das System ebenfalls als nützlich erwiesen. Also die Möglichkeit, eine Karte aufzurufen und zu sehen, wo sich meine Jungs befinden und ihren Wegpunkte verschiedener Art wie hierher bewegen oder Feind hier und so weiter. Also man kann wirklich dann alles, was man sieht, markieren und die Leute kriegen das direkt aufs Visier. Und das ist natürlich ziemlich krass. Und es muss alles super geklappt haben soweit. auch Regen war wohl kein Problem. Einige berichten wohl Probleme mit Nachtsicht und Wärmemodus gehabt zu haben. Und auch das Sichtfeld war ziemlich eingeschränkt. Das haben ziemlich viele Leute als störend empfunden. Viele Soldaten. Und ja, hier steht auch noch hier, ein Sanitäter bemängelte, dass die AR-Brille die Sicht erschwerte. Das war das mit dem Sichtfeld. Und ein Kabel muss sich immer gelöst haben. Also klar, wenn man wirklich was fürs Militär hat, dann kann das nicht eine einfache USB-C-Buchse sein. Da muss das schon wirklich was, ja, eine Art Milchdecker sein oder so, weil wirklich gedreht werden kann, festgedreht werden kann und das da nicht sich lösen kann. Ja, die haben da natürlich die ersten Tests dann gemacht und die Daten, 40 Stunden an Daten wurden geliefert. Also 40.000 Stunden ist natürlich eine Menge und ja, häufigste Kritik war, dass das Gerät noch ziemlich klobig und schwer ist und ja, ich kenne das mit Nackenproblemen, das kann natürlich dann auch irgendwann kommen. Aber gut, also ich finde es, wie gesagt, einerseits finde ich sehr interessant, dass auch dahin geforscht wird, aber andererseits natürlich auch nicht wirklich, ja, teilweise ist es halt erschreckend, also wer, wie dieses, ich weiß gar nicht, wie die Netflix-Serie jetzt heißt, Dark irgendwas, da wurde ja auch damit experimentiert, dass Soldaten irgendwann halt, ja, irgendwelche Monster in Menschen sehen und die konnten gar nicht mehr unterscheiden und denen wurde dann halt erzählt, ja, es sind Aliens oder was weiß ich gelandet und ihr müsst da jetzt ins Haus rein und die abknallen und ja, dabei waren das ganz normale Zivilisten, die da abgeschossen wurden, aber es wurde halt den Leuten besser dargestellt, ne, dass das halt Monster sind und Monster sind halt leichter abzuknallen und ich denke so eher dahingehend in so eine Richtung, aber ansonsten halt sehr interessant und ich denke mal, dass der Stecker sich hier immer gelöst hat. Also hier muss nur noch was getan werden. Ne, keine Ahnung, Spaß beiseite, aber könnte natürlich sein, ne, beim Bewegen, zack, geht der Stecker hier raus, ne. Ja Leute, das war erstmal das mit dem AR-Thema beim Militär und kommen wir zum nächsten Thema. Da sind wir beim Thema Oculus und Facebook und ja, so wie es aussieht, Oculus Quest 2 in Deutschland vor April 2021 nicht erhältlich und ja, es liegt wohl daran, dass dieses Gespräch, was eigentlich für November ja angesetzt war, scheinbar nicht stattgefunden hat und ja, da jetzt ein anderer Termin feststeht, eventuell der neue Verhandlungstermin zwischen Facebook und dem Bundeskartellamt ist für Ende März angesetzt und ja, das Problem, was ja weiterhin besteht, ist, dass man ja, zwei verschiedene Dienste miteinander kombiniert und dass es da Datenschutzprobleme gibt und so weiter und so fort und dass man, wenn man Facebook nutzt, dass man da mehr Auswahlmöglichkeiten haben sollte, was man denn preisgibt und ja, deshalb gibt es immer noch dieses Problem mit Quest 2, 1, Rift S, egal was von Oculus ist, kriegt man momentan hier nicht in Deutschland und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle Leute, die die Quest 2 gekauft haben, es gab ja diese Aktionen, die ich auch in der Newsendung vorgestellt habe, dass man Asgard's Rust bekommen hat, wenn man die Quest 2 gekauft hat und ich habe dann daraufhin auch den Support angeschrieben und da wurde mir dann alles erklärt, ja, schicken Sie mir bitte Kaufbelegnummer, dann bitte auch die Seriennummer von der Quest und so weiter und so fort und ja, dann stand aber auch irgendwann da drunter, gilt nicht für, ich glaube, Südkorea war es und Deutschland und ja, wir Deutschen sind da irgendwie ausgenommen, aber ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass die Asgard's Rust trotzdem bekommen haben und ja, ich habe jetzt nichts mehr gehört von Oculus, was ich auch echt cool finde, warum man dann, ja, warum ist das Land gebunden, wenn die irgendwie einen Bonus raushauen, verstehe ich nicht, denn ich kaufe ja, das Produkt kaufe ich ja und dieser Bonus sollte eigentlich an Produkt gebunden sein und nicht an Ländern und ja, außerdem ist es nicht in Deutschland gekauft worden, sondern in der Schweiz und von daher sollte das auch gar kein Problem sein, ist ja scheißegal, wo ich das Ding jetzt benutze und wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Schweiz lebe und jetzt bin ich jetzt umgezogen nach Deutschland, dann gilt das auch schon nicht mehr, also das ist echt ziemlich kompliziert oder schwierig, würde ich sagen und muss man nicht, muss man nicht gut finden und für mich wird Oculus immer weiter oder immer mehr zum roten Tuch, meiner Meinung nach, also die machen sich immer unbeliebter bei mir und ich werde es wenn möglich auch irgendwann versuchen, auf Oculus zu verzichten, also noch gibt es da ja leider nicht so viele Möglichkeiten, auch was Spiele angeht und so weiter und wenn man einen YouTube-Kanal hat, ist es natürlich schwer, wenn man da auf so eine, also als Gerät selber ist das ein geiles Gerät, muss man einfach sagen, aber die Geschäftspraktiken, die gefallen mir einfach nicht, die Oculus und Facebook da machen, also ich glaube, es wäre nie so weit gekommen, wenn die alten Besitzer noch da wären bei Oculus. Ja, das mal zu dem Thema und kommen wir zum nächsten Thema. Ja, so wie es aussieht, droht Facebook eine Klagewelle in den USA und warum, wieso, weshalb, das gucken wir uns jetzt mal an, also VR-Entwickler äußern Vorwürfe, teils schwere Vorwürfe und ja, eine Klagewelle soll von mindestens 20 bis 30 Bundesstaaten sollen sich an der kartellrechtlichen Klage beteiligen, also das ist schon nicht ohne und klar, jeder weiß, Facebook versucht natürlich, sich einen Monopol aufzubauen und jetzt mit der Quest 2 ist der natürlich noch stärker geworden, der Markt für Facebook und Oculus und ja, die versuchen so immer mehr die Konkurrenz natürlich rauszudrängen und teilweise auch sogar Ideen entweder aufzukaufen oder zu klauen und das ist schon ziemlich krass und ja, aufgrund ihrer großen ja, Macht, die haben ein riesiges ja, Finanzkonto, sag ich mal und die können natürlich alle kleinen Unternehmen platt machen, wie sie wollen und ja, da haben sich jetzt einige Leute zusammengetan und versuchen da jetzt gegen zu klagen und ja, im Mittelpunkt der kartellrechtlichen Klagen stehen Facebooks aggressive Geschäftspraktiken Mitbewerber werden entweder übernommen oder so lange kopiert, bis sie vom Markt verdrängt werden und da geht es sich einmal um diese Fitness Tracker App Jua und ja, da ist der Mitbegründer sogar irgendwie aus seinem Startup Unternehmen rausgeflogen oder wurde verdrängt und ja, Facebook muss wohl so lange Softwares rausgebracht haben scheinbar, dass diese Fitness Tracker App unbrauchbar ist, um dann im Endeffekt Oculus Move rauszubringen, das ist ja die Fitness Tracker App von Oculus selber, die jetzt mit dem Update 23 rausgekommen ist und ja, das ist natürlich ein krasser Vorwurf meiner Meinung nach und wenn dem so ist, dann ja, weiß ich nicht, ob Facebook da wirklich belangt werden kann, aber ist natürlich trotzdem schon ziemlich heftig und dann ist der Virtual Desktop Entwickler Guy Godin, der hat ja, hat uns ja quasi das Virtual Desktop und WLAN Streaming zur Quest beschert und ja, der wurde dann von Oculus oder Facebook natürlich ja, dazu verdonnert, das rauszunehmen, dass man PC, VR, Games zur Quest streamen kann mit Virtual Desktop und das ist ja weiterhin nur möglich, wenn man das über Sidequest und so macht und hier gibt es auch nochmal eine Anleitung dazu, da hat aber auch schon der Patrick von die Zockstube eine Anleitung gemacht und ja, und im Endeffekt jetzt selber da was rauszubringen scheinbar, ne, die haben, die können sich natürlich die ganze Software angucken, wie das da gemacht wurde und ja, schreiben das einfach wahrscheinlich um und dann können sie es selber rausbringen, ja, ich bin echt gespannt und dann ist da noch ein VR-Brillenhersteller, Startup-Unternehmen Links, die haben eine autarke Mix-Reality-Brille an den Start gebracht und ja, da geht es sich wohl darum, dass Facebook die Quest natürlich so stark subventioniert, dass die eigentlich ja teurer sein müsste und ja, das kleine Startup-Unternehmen kann dann natürlich nicht mitmachen und ja, wenn man da einen Preisunterschied von 50 bis 100 Euro oder Dollar hat, ist es natürlich klar, wenn man zwei die gleichen, fast die gleichen Geräte hat, greift man natürlich zum günstigeren, eventuell sogar besseren Teil und ja, so verdrängt man natürlich solche Unternehmen vom Markt, das ist ja auch ganz klar. Es sind wahrscheinlich gängige Praktiken der Riesenplayer da draußen, aber gut, muss man sowas trotzdem nicht heißen und muss man natürlich auch nicht unterstützen. Gut, mit dem Kauf dieser Dinger unterstützen wir das Ganze natürlich, aber ich finde gut, dass da Leute jetzt gegen klagen und ich hoffe, die bekommen da auch teilweise recht und ja, warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt und ich halte euch auf den Laufenden, falls es da Neuigkeiten gibt. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Leute, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, hat ja Kochmedia Vertigo Games aufgekauft und ja, Vertigo Games ist ja der Hersteller oder ja, Entwickler von Arizona Sunshine, A Fisherman's Tale und After the Fall bringen die jetzt bald raus. Ja, und Kochmedia hat diese Studie für 50 Millionen aufgekauft und Kochmedia ist ein ja, Riesen Filme, Produzent, Vermarkter von Spielen und also ich weiß gar nicht, was die alles machen, auf jeden Fall ein richtig großes Unternehmen und ja, der CEO glaubt an VR und glaubt, dass es ein Riesenpotenzial hat und nicht mit Wachstum ist und ja, deshalb haben die das Vertigo Games Studio aufgekauft, weil es halt, ja, wie er sagt, VR-Experten sind und ja, wer Arizona Sunshine und Fisherman's Tale gezockt hat, der weiß eigentlich, dass das auch so ist, also die wissen schon, wie VR funktioniert und wie After the Fall wird, müssen wir mal abwarten und er hat jetzt in dem Interview hat er mitgeteilt, ja, dass einmal natürlich mit der Quest 2 das VR-Potenzial natürlich immens gewachsen ist und er sich aber auch vorstellen kann, dass größere Titel in VR erscheinen und da wird mal Metro genannt, Kingdom Come, Deliverance und das Zombiespiel Dead Island und das wären echt Titel mit riesen VR-Potenzial, also gerade auch Dead Island oder Kingdom Come ist ja dieses Rollenspiel, also das sind Games, die wirklich in VR auch funktionieren würden und ja, da ist jetzt jemand, Koch Media, der quasi, ja, da steckt Geld hinter und die wollen jetzt eventuell richtig ins VR-Geschäft einsteigen und ich denke mal, da können wir uns auf das ein oder andere geile Game freuen und ja, aber auch, dass wir schon bekannte Flat Games dann nochmal komplett neu in VR erleben können, das wäre natürlich echt genial und ja, also momentan sieht es echt gut aus, wenn man das Interview so liest, das Wichtigste ist ja immer, dass die Firmen an VR glauben und an das Potenzial glauben und das tut er hier, von daher ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da als nächstes kommt, aber ich sehe das jetzt schon sehr positiv und ja, da hilft wie immer nur abwarten. dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ja Leute, hier sind wir auch schon bei den Gaming News und Indes bekommt ein freies DLC, also es ist komplett umsonst und es kommt am 8.12. raus und ja, fast hätte ich das schon vorab zeigen können, aber ich wurde jetzt noch nicht freigeschaltet und ja, morgen kommt es dann halt raus oder für euch heute, ich nehme das Ganze immer montags auf und dienstags wird es dann fertig released und ja, dieses, dieses Spiel ist, dieses DLC ist dann so aufgebaut, dass man quasi auf einen auf einen Turm steht scheinbar und Wellen von Gegnern ankommen und man die immer dann ja, bekämpfen muss. Es gibt da jetzt noch kein Gameplay, keine Bilder oder so und halt anders als im normalen Spiel, wo man wirklich durch die ganzen Ruinen da gehen muss und Gänge gehen muss und die Gegner dann da überall stehen, so kann man das wohl so sehen, dass man da einfach irgendwo fest steht und dann die Wellen abarbeitet und ja, hier wird gesagt vom CEO, es ist ein Spiel mit vollem Funktionsumfang innerhalb eines Spiels, mit kürzeren Sitzungszeiten, bei denen sich die Spieler darauf konzentrieren können, 15 Minuten lang Spaß am Schießen zu haben, von einer sicheren stationären Position aus, die schöne Grafik des Spiels zu genießen und wohl die besten VRs Bogenschießmechanik, Bogenschießmechanik, ja, das ist wohl so, also Indes ist eines der besten Bogenspielmechaniken, die es so gibt, also die ich bisher in VR erlebt habe und sagen Sie zu Recht ganz ehrlich, deshalb macht das auch so Spaß, also ich habe noch ein, zwei Mal vielleicht einen Bogen abgeschossen, aber das fühlt sich einfach am besten an, Indes, das ist einfach so, ist auch einer meiner Lieblingsgames, wenn es um Bogenschießen geht und ja, cool, dass die jetzt als, ja, als Goodwill, sage ich mal, einfach so ein DLC umsonst raushauen und weil sie so, die waren so begeistert auch von der Community, dass sie so, ja, positiv da Feedback erhalten haben und so weiter und haben sich gedacht, okay, zu Weihnachten müssen wir da was rausbringen und ja, finde ich echt cool und ich bin gespannt, wie der Modus da wird und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht großartig weitergekommen bei Indes, weil ich habe einfach keine Zeit mehr, die ganzen Spiele zu spielen, also neben den Videos machen ist es echt schwierig geworden, Spiele durchzuspielen, das ist echt, echt schade, echt, muss ich sagen. Ja Leute, kommen wir aber zum nächsten Game und zur nächsten News. Ja, Gerüchten zufolge, soll Valve an einem neuen Spiel arbeiten und das soll sich Half-Life Citadel nennen und ja, das sind wohl die Gerüchte, die jetzt ein Mac Vicker bekannt gegeben hat. Der ist schon, ja, hat schon Half-Life Alyx geleakt damals, lange bevor es offiziell angekündigt worden ist und hat damit auch Recht behalten und jetzt sollen wieder irgendwelche Spielecodes in einem Dota 2 Update gewesen sein und noch andere Sachen müssen wohl ja, geleakt worden sein und ja, was jetzt wohl rausgekommen ist, es soll wohl PC, Flatgamer und VR-Spieler zusammenführen und ob es jetzt rein irgendwie ja, dann ein Multiplayer-Part wird, ein Koop-Part wird, ist nicht klar. Klar ist wohl, es soll einen Singleplayer-Modus geben, der auch eine Story beinhaltet. Cool wäre natürlich, wenn man dann das als Koop auch erleben könnte, also Half-Life Alyx jetzt schon als Koop wäre echt genial, also daran hätte eigentlich auch gearbeitet werden müssen. Schade, dass da nichts gemacht worden ist und ja, auch cool, dass die jetzt wirklich PC-Flatgamer mit ins Boot holen, die haben sich damals natürlich zu Recht ein bisschen beschwert, dass der Half-Life Alyx Teil jetzt wirklich nur für VR-Gamer ist, aber wenn man sich das Spiel anschaut, ist sowas für Flat-Game, so wie es jetzt aufgebaut war, glaube ich, jetzt nicht so wirklich prickelnd. Von daher war es schon so in Ordnung und VR-Spieler sollen natürlich die Perspektive genauso haben wie in Alyx aus der Ego-Perspektive, wie die PC-Spieler das sehen, ist nicht ganz klar. Hier wird beschrieben, es könnte so wie in Dota 2 sein, vielleicht kann man dann aber auch unschalten von Ego-Perspektive in einer anderen Perspektive weiß man natürlich nicht. Eine wichtige Spielmechanik spielten Bots, die man in der Spielwelt aufrufen kann. Es gäbe viele verschiedene Bots, die sich in Offensive, Defensive und Supportklassen einteilen. Spieler könnten diese wie Marinetten steuern, Bewegungen aufzeichnen und später im Spiel abspielen. Also da können wir mal gespannt sein, wie immer eigentlich bei irgendwelchen News, aber gerade bei Half-Life News ist das natürlich immer so eine Sache und es ist einfach mit das beste VR-Game, was wir momentan haben. Es ist einfach so und ja, lassen wir uns mal überraschen, wann das Game kommt, wann es das erste Mal irgendwelche Trailer gibt und da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden und kommen wir zum nächsten Game. Ja Leute, am 11.12. ist es soweit, Medal of Honor, wir können es in VR zocken und ja, jetzt sind ein paar Recommended Specs rausgekommen, das heißt, ja Mindestanforderungen oder empfohlene Anforderungen heißt es ja eher und das sind jetzt nicht die Mindestanforderungen, da habe ich mich gerade so ein bisschen vertan und zwar ja, sind die wohl CPU Intel i7 9700K und keine schlechte CPU, RAM ist 16 GB DDR4 und eine Grafikkarte Nvidia RTX 2080 und da wäre ich dann auch schon raus, weil ich habe nur die 1080 Ti und ja, aber es wurde gesagt, es heißt nicht, dass man das mit kleinerer Hardware nicht spielen kann, es könnte halt sein, dass man ja kein so tolles Erlebnis hat, muss man abwarten, man kann wahrscheinlich auch die Grafik runterregeln und so weiter und so fort, aber ich glaube, wenn man es komplett genießen will, sollte man diese Sachen hier erfüllen und ich warte einfach mal ab, ich werde es mir definitiv kaufen und dann mal abwarten, wie es auf meinem PC läuft, so schlecht ist er ja nicht, bis auf die Grafikkarte jetzt, muss ich abwarten. Ja Leute, was ich aber noch habe, wo ich noch nicht reingeguckt habe, es gibt einen neuen Multiplayer Trailer, den würde ich gerne mit euch zusammen gucken und ja, den schauen wir uns jetzt mal an. So, hier sind wir beim Multiplayer Trailer und los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich glaube Steam bietet auch die größte Chance mit den ganzen Leuten zusammen zu zocken und ja, Steam hat eigentlich fast jeder, von daher sollte man sich das da holen und nicht Oculus unterstützen, muss man so klar einfach sagen. Ja Leute, kommen wir zum nächsten Game. Dann haben wir noch ein Spiel, was 2021 erscheinen soll und das heißt A Rogue Escape und das basiert wohl auf dem Spiel, also es ist eine komplett Neuentwicklung, aber es basiert auf dem Spiel, so wie ich es verstanden habe, Naughty Crawl. Und Naughty Crawl, da muss man einen Weg rausfinden in einem U-Boot und ja, wir sind auf irgendeinem Planeten, von dem wir fliehen und wir müssen mit dieser Naughty Crawl irgendwie raus. Und darauf basiert das Ganze wohl, hier haben wir Armor Games Studios und ja, hier haben wir auch wieder Armor Games Studios und ja, also der Entwickler schreibt wohl, dass es komplett neu entwickelt wird für VR und auch anders sein soll. Ich weiß jetzt nicht, wie inwieweit, inwiefern das so ist, aber muss wohl anders sein und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Trailer an. Ja, das war der kleine Trailer schon und da haben wir gesehen, dass, ja wie diese, dieser Metallklumpen, wie er da bei Naughty Crawl genannt wird, wie die da stehen und da standen ja irgendwie mehrere in so einer Halle. Und wir müssen halt rausfinden, wie wir damit navigieren und wie wir sehen, hat es viele Schalter, Hebel, Knöpfe und ja, schon Wahnsinn. Ja, hier sehen wir irgendeinen Oktopus, Riesen-Oktopus. Also sieht auf jeden Fall interessant aus und wenn es atmosphärisch gut gemacht ist, dann ist es natürlich auch ziemlich beklemmend, in so einem kleinen Ding zu sein und ja, rundherum nur Wasser zu haben. Und hier sehen wir, soll alle Sprachen unterstützen, das ist natürlich auch cool. Natürlich kein Ton, aber Hauptsache die Oberfläche ist in Deutsch. Das hilft uns natürlich auch weiter und hier steht auch für welche Brillen, Oculus Rift S, Oculus Quest 1 und 2, HTC Vive und Valve Index. Also echt cool, dass er so viele, so viele Sachen einbaut und ja, zehn Sprachen zur Verfügung stellt. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da auch gespannt drauf. Vielleicht darf ich es auch irgendwann mal testen, irgendeine Demo oder so. Ich habe schon angefragt, aber es ist momentan in so einer, ja, Closed-Testphase, sage ich mal. Man kann sich da natürlich bewerben, aber dann darf ich nichts zeigen, von daher, oder auch nicht drüber reden und von daher mache ich das erst, auch wenn ich da irgendwie was zeigen darf. Aber cooles Projekt und ich freue mich drauf. Sagt euch Nordicrawl denn irgendwas? Habt ihr das schon gespielt? Wenn ja, einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das Game so war. Also es hat relativ gute Bewertungen, muss ich sagen. 96% von 178 Nutzerrezessionen sind positiv, also ist schon eine Menge und ja, ist von 2019, kostet 12,49. Wie das andere Game dann, wie teuer das wird, muss man jetzt abwarten, ob es ähnlich wird. Dann wäre es natürlich cool. Aber ja, bietet auch nur Einzelplayer, Einzelspieler. Schade, also ich hätte gerne echt mal viel, viel mehr Koop-Games da draußen, aber ja, ist scheinbar sehr, sehr rar gesät, der Markt, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es das Game-Prinzip auch gar nicht her. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie groß so eine Abteilung ist, ob man da wirklich mit zwei, ob das Sinn machen würde, mit zwei Mann zu spielen und so weiter und so fort. Ja, Leute, das war es auch heute mit der News-Sendung 14. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer und würde mich natürlich auf ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen. Wenn ihr spenden wollt, könnt ihr gerne noch spenden, Zeit habt ihr noch. Und ja, ich bedanke mich natürlich, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt oder auch nicht. Das kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Aber danke schön dafür, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Ben, tschüss. Komm. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Amen.